Wir sagen immer, your best ability is availability und dein Job ist jede Woche zu verlieren oder zu gewinnen. Und ich habe schon oft gesehen, wie ein Starter sich verletzt hat, ein Backup kommt rein, spielt ein gutes Spiel und dann ist er der Starter. Das heißt, da ist so viel Druck, jeden Tag, jede Woche da zu spielen, dass egal was für eine Verletzung du hast, du nimmst lieber Betäubungsmittel, egal was es ist, Hauptsache du kannst spielen, weil du willst nicht deinen Job in der NFL verlieren, weil es könnte immer dein letztes Spiel sein.